Ich habe einen Schluck auf. Ui, was für einen. Wie werde ich den denn wieder los, den Schluck auf? Habt ihr eine Idee, was man da machen? Wasser falsch rum trinken, wie soll denn das? Ach so, okay, ja gut, Achtung, mache ich. Wasser falsch rum trinken. Ups. Der Schluck auf ist noch da. Ja. Hm? Luft anhalten? Okay, halte ich die Luft an, vielleicht geht der Schluck auf dann weg. Ja, nein, ist er noch. Da. Habt ihr noch irgendeine Idee, einen Trick vielleicht, wie man am besten seinen Schluck auf los wird? Erschrecken? Erschrecken? Ich kann mich doch nicht selber erschrecken. Das geht nicht. Buh! Buh! Dennis! Hast du mich erschreckt? Ja. Mein Schluck auf ist weg. Danke, Dennis! Was denn? Danke. Kern geschehen. Ha 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 ha!